Am kommenden Samstag möchte ich Sie bitten, alle zur Demonstration Freiheit statt Angst hier nach Berlin zu kommen. Auch Die Linke im Bundestag ist dabei und ruft dazu auf. Denn nicht erst seit den Datenskandalen über die NSA ist die Frage der Grundrechte des Datenschutzes ganz entscheidend, sondern es betrifft auch deutsche Geheimdienste und es betrifft vor allem ein völliges Versagen dieser Bundesregierung. Dagegen wollen wir zusammen auf die Straße gehen, denn wir haben keine Lust, dass unsere Daten ausgeforscht werden. Denn es ist entscheidend für eine Demokratie, für den aufrechten Gang, dass jeder einen geschützten Raum hat und gemeinsam und vor allem für sich entscheiden kann, welche Daten veröffentlicht werden und welche nicht. Also kommen Sie am kommenden Samstag zur Demonstration Freiheit statt Angst hier in Berlin.